Ich war im Urlaub und entsprechend habe ich diesmal einen Roman gelesen und zwar Gegen die guten Sitten von Philea Baker, Untertitel Ein viktorianischer Krimi in New York. Nun lese ich ja im Urlaub gerne mal Schmöker und ich mag auch diese Krimi-Reihen, wo immer dieselbe Hauptfigur immer wieder auftaucht. Diese hier kannte ich aber noch nicht. Die Hauptfigur ist Alessa Arlington, eine Medizinstudentin und zugeschickt hat mir die Autorin das Buch deshalb, weil darin Victoria Woodhull vorkommt, nicht nur vorkommt, sondern sogar eine wichtige Rolle spielt. Ihr wisst ja, Victoria Woodhull, die erste amerikanische Präsidentschaftskandidatin, über die ich ein Buch geschrieben habe und die Präsidentschaftskandidatur war 1872. Dieser Schmöker-Roman-Krimi spielt drei Jahre später, 1875 und es geht darin um einen Mord an Anthony Comstock. Anthony Comstock war zu der Zeit so ein Sittenwächter, der Feldzüge gemacht hat gegen alles, was er für zu freizügig und zu obszön hielt. Unter anderem hat er auch Victoria Woodhull ins Gefängnis gebracht und er hat jetzt auch Alessa Arlington, also die Hauptfigur hier, drangsaliert, indem von ihr Zeichnungen konfisziert und vernichtet worden sind, die sie eigentlich für ein medizinisches Krankenpflegebuch angefertigt hatte, eben auch unter dem Vorwurf der Obszönität. Und diese Anthony Comstock wird ermordet und zu den Verdächtigen gehören dann natürlich auch die Feministinnen, die er drangsaliert hatte und die eben gegen ihn sind. Und in dem Milieu spielt das jetzt Alessa Arlington, ist bekannt mit dem Chief Detective vom New York Police Department und dann gibt es da auch eine Love Story und dann gibt es alle möglichen Verwicklungen und Verdächtigen. Es spielen also alle Leute mit, die ihr hier auch aus meinem Buch kennt, also Cedua Tilton und seine Frau Elizabeth Tilton und Henry Ward Beecher, dieser Prediger, der sich dann gegen Victoria gestellt hat. Und in diesem Milieu entwickelt sich eben diese Geschichte. Nach Anthony Comstock wird dann auch noch Noah Davis ermordet, der Richter, der für diese Verurteilungen auch zuständig ist. Also es ist klar, es ist ein Feldzug gegen diesen antifeministischen Feldzug, sage ich mal. In Wirklichkeit ist das nicht passiert. Also Anthony Comstock ist nicht ermordet worden und Noah Davis auch nicht, sondern Anthony Comstock hat noch sehr lange gelebt und wurde immer einflussreicher und hat später dann auch noch Emma Goldman das Leben schwer gemacht. Also er ist eben nicht ermordet worden. Das ist fiktiv, es ist auch einiges andere fiktiv. Die Autorin hat hinten auch nochmal aufgeschrieben, was ist erfunden, was ist wahr. Also eine spannende Leselektörung sowieso, also wahrscheinlich auch die anderen Bücher, aber ganz besonders dieser wegen Victoria spielt mit. Philea Baker gegen die guten Sitten bei Trias.